Mittlerweile habt ihr die Zivilisation verlassen und die Reichsstraße mit ihren Kneipen, Brunnen und Reisenden liegt weit hinter euch. Die Gruppe der Rittersmänner habt ihr hinter Werheim zurückgelassen, sodass ihr nun auf euch selbst gestellt seid. Nun ragen vor euch die fahlen und blassen Gipfel der schwarzen Sichel vor euch auf. Hier fehlt die Farbe in der Landschaft, gerade im Winter gibt es nur noch schwarz und weiß. Das Gebirge wirkt ausgezerrt, porös oder vergiftet auf euch. Aktuell jedoch steht ihr in der klappernden Mühle des Zwerges Gorma, Sohn des Gurtasch, in braunen Klamm, während Jaland riefnass und japsend auf dem hölzernen Bohlen liegt. Und damit beginnen wir. Aha, hat jemand an der Decke? Ich reiche dir deine Sachen, da hast du wahrscheinlich noch Decke bei einem Rufsack. Bitte hier, nehmt, nehmt. Danke. Ich packe ihm die Decke aus und streif sie so über wie ihn. Wahrscheinlich Schwierigkeit, sich zu wiegen. Ich wickel mich dann auch erstmal abtrockenenderweise in diese Decke ein, bevor ich mir dann, sobald ich trocken bin, sehr hastig die Kleidung wieder anlege. Erst gezeichnet. Ihr habt mir zwei Tage Arbeit bestarrt. Jetzt werde ich euch die Schneeschuhe verkaufen. Und du kriegst sogar einen Nachlass. Großer. Oh, so besser. Zehn Prozent. Mehr kann ich die mir nicht aus dem Kreuz leiern. Gut. Ähm, Moment, hier hab ich sie. Hier, die sind für dich. Für dich. Ihr braucht alle welche, ja? Hier, Nagel. Abgelundet, äh, schüttelnd Kopf. Nein, nein, ich werde ohne reisen. Das ist mir zu schwer. Wir auch immer. Allerdings solltest du nicht auf die Idee kommen, dir einfach so Nägel dann durch deine Schuhe zu hauen. Das wird richtig wehtun. Danke. So, ähm, dann müsst ihr noch bezahlen und dann könnt ihr meinetwegen weiterziehen. Oder ihr bleibt hier, ist mir auch egal. Meine Mühle funktioniert wieder. Ihr könnt im Kupferkrug unterkommen oder in Herzogsroh, ist mir egal. Das sind die beiden Möglichkeiten. Was ist denn billiger? Billiger? Äh, ich glaube, Herzogsroh. Dann nehmen wir den anderen. Der ist teuer. Ja. Aber auch wahrscheinlich gehoben. Dann wird wohl kaum das Seelander sein. Naja, ich weiß, dass in Herzogsroh, da hat, glaube ich, bald wieder jemand Geburtstag. Zumindest sagt die Wörter das die ganze Zeit. Dann erst recht nicht. Lass uns gehen. Lattet ihr uns denn ein, Wörter Alricio? Äh, nein. Ich denke, ach, ihr habt ja gar kein Geld. Ich erinnere mich. Ach, nun gut. Ich schreib's auf eure Liste. Ach, das ist großzügig. Ich bezahl gern für dich, mein Freund. Wir sind ja nicht so alle wie diese Magier. Ach, Mensch, Eisenmann, du bist auch ein richtiger Freund. Man muss sehen, dass man bleibt. Naja, naja. Das werden wir ja sehen, wenn ich irgendwann mal wieder ein wenig Geld habe und ihr kein Geld habt. Tja, das wird wohl nie passieren. Möge der Tag bald kommen. Das denke ich auch. So, jetzt raus aus meiner Mühle. Ja. Starkart würde die Mühle verlassen. Okay. Gut. Lass uns erst einmal irgendwo hinsetzen, wo es warm ist. Das ist eine gute Idee. Ja, es gibt für euch hier zwei Gasthäuser, wie ich eben bereits gesagt habe. Das geräumige, weil in den Felsen reingehauene, aber dafür unverschämt teure Kupferkrug. Oder das zweite Gasthaus, die Herzogsruhe, wo man allerdings, naja, so hoch steigen muss, an einen mühseligen Aufsteig hat, dass man, ja, die Tiere, die ihr dabei habt, irgendwo anders lassen müsste und ihr fast senkrecht nach oben steigt. Die Treppen, die hier nach oben, ja, wohl irgendwie von Zwergen, von Menschen reingehauen worden sind, aber welches ihr von den beiden nehmt, ist quasi euch hier überlassen. Der Kupferkrug, das teurere wäre ja eure Wahl gewesen. Den Kupferkrug kann ich mir nicht leisten, sagt immer, beziehungsweise Abdullon leise vor sich hin und schaut die Steiltreppen hinauf. Ach, Mann. Und schaut sich an, es aber zuzunicken. Scheiße, Mann. Ihr sollt die Abdullon schnellmöglich ins Waren bekommen. Abdullon ist doch auch ein Freund, oder? Ne, natürlich. Das ist vielleicht auch einladen. Aber das Billige kann ich mir doch selber leisten. Selber wissen. Bist ja schon groß. Ich nicke mal. Aber wir müssen, also Ragnar, verdammt. Da kann's ja. Wir müssen auf jeden Fall hier unten bleiben mit den Tieren. Also ich glaube nicht, dass wir die da hochkriegen. Mir sind die Tiere noch egal, aber wenn irgendwelche Zwerge ein Gasthaus in den Fels gehauen haben, dann würde ich das sehen. Und was ist, wenn es keine Zwerge sind? Vielleicht waren es ja Menschen. Ach, was. Dann umso kurioser. Also der Kupferkrug ist jetzt da oben? Der ist unten. Der Kupferkrug ist gut zu erreichen. Na dann, Eisenmann. Absalon, musst du wissen. Ich glaube, dass unser guter Freund Eisenmann uns hier bestimmt einladen würde. Weil wenn wir das Geld haben, geben wir das einem Freund natürlich gerne zurück. Das sollte kein Problem sein, aber ich wollte auf unsere Kosten noch mit unterzubringen. Vielen Dank, Hoher Herr. Wisslich wurden wir ja von unseren Gönnern hinreichend ausgestattet. Abdullon, geht mal ein bisschen näher an Jirudin ran. Soll ich euch jetzt Herr von Dunkelstein nennen oder jetzt noch nicht? Auf unserer Abreise morgen. Alles klar. Und so betretet ihr den Kupferkrug. Nach kurzer Suche könnt ihr dann das Schild finden, was ihn hier ausweist. Sogar eine kupfernde Plakette, die an den Stein angebracht ist, reingehämmert worden ist, mit irgendwelchen Nägeln auch schon ein bisschen angelaufen, das Kupfer. Aber wenn ihr das betretet, kommt euch warme Luft entgegen, die vor allem dann auch Jalan selig umarmt und ihm die Kälte aus dem Körper treibt. Auch mehrere Lagerfeuer, die hier im Inneren prasseln. Und auch für die Zwerge wird hier sichtbar mit ihrer Erkenntnis des Steines. Hier sind wohl auch die Abzüge in den Fels geschlagen nach oben, sodass es hier perfekten Luftzug gibt, der es nicht eben kalt werden lässt, sondern einfach nur die schlechte Luft vom Kamin dann den Rauch abträgt. Willkommen, Reisende. Willkommen. Setzt euch. Wir haben genug Platz. Guter Wut. Habt ihr vielleicht etwas zu trinken? Etwas warmes? Ja, selbstverständlich. Ein warmen Wein? Oder was wollt ihr tragen? Ein warmes Bier? Ich kann noch ein Stück Butter reintun. Ein warmer Wein wäre hervorragend. Was habt ihr dort an Weinen? Hm? Was habt ihr auf Lager für Weine? Ähm, einen roten. Ich verstehe. Not gut. Überrascht mich. Ja, äh, ich hab ja schon gesagt, der ist rot. Ja. So lange warm. Warm ist gut. Ja, ihr könnt euch dann hier, äh, setzen, ähm, die Kneipe, das Gasthaus selber ist auch nicht ganz so voll, ähm, der ein oder andere Reisende wird dann eher woanders runtergekommen sein, ähm, sodass, ja, ihr dann hier viel Platz habt, euch hier auszuleben. Es ist wirklich sehr geräumig, ähm, auch irgendwie sehr angenehm. Ihr habt noch nie eine Taverne gesehen oder ein Gasthaus, was in den Fels geschlagen worden ist. Ähm, das ist ein ganz, ganz merkwürdiges, wohliges Gefühl, ähm, und nach einiger Zeit kommt dann auch ein warmer Wein für die Herren, für die Damen. Und, äh, es gibt sogar noch etwas Zimt in einem Schälchen, was dann auch noch daneben gestellt wird. Dann könnte man sich noch ein bisschen Zimt reinrühren. Und, äh, ja, dann kann dann auch in, äh, ja, wieder auftauen, nachdem er dann in dem kalten Wasser geschwommen ist. Wobei das nicht so sehr viel geschwimmen war, sondern eher treiben wie ein totes Stück Holz. Weil ihr konntet, ihr konntet sinken lassen. Ja, ich bin froh, dass ihr, dass ihr hier seid. Äh, wir haben, wir haben nicht viele Gäste. Die meisten ziehen's dann gerade zu dieser Jahreszeit nach oben, nach Herzogsruhe. Aber das hat nichts mit der Qualität des Gasthauses zu tun, sondern nur mit dem Ort. Seid ihr auch wegen dem Geburtstag hier? Nein, welcher Geburtstag? Beziehungsweise, wer hat denn Geburtstag? Hatte? Naja, wird jedes Jahr wieder gefeiert. Äh, der Kronprinz, äh, Selindian half ein Jahr ist hier geboren. Vor 15 Jahren. Mhm. Exakt hier. Naja, gut, eigentlich nicht hier in diesem Gasthaus, sondern oben. Deswegen heißt das auch Herzogsruhe. Ihr müsst wissen, der wird bald Kaiser. Steht seine Schwester nicht in der Abfolge vor ihm? Wer? Ach, das weiß ich nicht. Können Kaiser werden? Können Kaiser jetzt, also können jetzt auch Frauen Kaiser werden? Schon seit 10 Jahren, ja. Seit 10 Jahren? Haar hat das damals angeführt. Nein, das habe ich nicht mitbekommen. Hm. Aber das werde ich denen mal, äh, gehöre ich dann, äh, mitteilen. Nicht, dass dann noch die Preise steigen, wenn, äh, wenn dann hier irgendwie, es heißt, dass, dass Selindian bald Kaiser ist, aber, das ist dann noch ganz gut. Nee, aber, er hat, äh, hat in einem Monat hat er dann Geburtstag. Wie gesagt, seit 15 Jahren wird das hier gefeiert. Dann möge man es noch weitere lange Jahre feiern. Zum Wohl. Zum Wohl. Ich falle im Hintergrund über den Zimt her. Endlich jemand, der versteht, wie man guten Wein macht. Schön gewürzt. Wie schmeckt der Wein? Furchtbar, oder? Äh, ja, er schmeckt furchtbar. Die Weintrauben sind wohl nicht wirklich gereift. Ja, ob das hier, na gut, Weiden, ob es da richtig warm wird, wirkliche Fels, Felshänge, ja, es sind halt keine richtigen Hügel, äh, wo dann die Sonne drauf scheint, ähm, ja, es ist, es ist Wein. Es ist ein bisschen warmer. Es ist warm, genau, und, 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 der Zimt schmeckt. Genauso schön wie zu Hause. Ja, beim ersten Klug verzieht wahrscheinlich noch den, 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 den Mund und das Gesicht, aber nach dem zweiten Klug wird es dann wahrscheinlich. Ja, ich hab meine Meinung. Total überwürzt. Gut, wenn ihr wollt, könnt ihr hier wieder regenerieren, äh, das Ganze ist, wie gesagt, ein bisschen teurer, ähm, ja, wenn ihr dann, ich sag, ich sag einfach mal, der, der Abend, äh, mit Übernachtung kostet euch drei Silber pro Person. Das ist wirklich verdammt teuer. Und dann könntet ihr am nächsten Tag mit einer Regeneration plus eins aufbrechen, wenn ihr denn wolltet. Natürlich wollen wir. Nach etwa einer Meile hinter braunen Klamm weitet sich das Tal des Braunwassers erneut zu einem Kessel von vielleicht 300 Schritt um Durchmesser, an dessen Nordrand sich die Karrenstraße in engen Serpentinen aufwärts findet. Vor euch stützt der Fluss in den Kessel. Und dann könnt ihr noch das Essen kaufen. Also Ration für den Weg. Das soll hier noch kein Problem sein. Ein guter Plan. Schön abstanden. Also, man möchtest du vielleicht auch ein paar Pechfackeln oder sowas kaufen? Gar kein schlechter Plan. Ich bring mal fünf mit. Oh, das sollte eigentlich nicht nötig sein. Aber, nun, wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich gerne machen. Es ist immer besser, sich nicht auf Magie verlassen zu müssen. Da hat der gute Mann mal recht. Nein, in der Tat hat er nicht damit recht. Warum sollte man sich nicht darauf verlassen wollen? Weil der übermäßige Anwendung von Magie nie zu etwas Gutem führen kann. Deswegen. Je weniger man sich darauf stützt, desto besser. So will es der Herr Preuers. Das wäre eine sehr simple Einsicht, aber... Na gut. Also, ich finde die Einstellung sehr gut. Man sieht ja, was zu viel Magie mit einem macht. Und ich schaue zu Abel mir. Tja, die profanen halt. Was soll ich sagen? Wenn wir erst einmal in den schwarzen Landen sind. Und wenn wir vermutlich alle zum ersten Mal wirklich sehen, was zu viel Magie anrichtet. Was für viel Falsch Magie anrichtet. Da habt ihr recht. Wir sollten einfach alle Magier loswerden. Das wäre ein richtiger Schritt. Dann hätten wir auch keine falsche Magie mehr. Sehr drastisch, aber das könnte man befürworten. Wir können ja mit diesen beiden hier anfangen. Nur weil Marder ihren Frevel in die Welt gesetzt hat, könnt ihr doch jetzt nicht alle Magier dafür bestrafen. Das wäre doch auch nicht recht. Oh, das wäre auch sehr kurzfristig. Wer sollte dann gegen die Namenlosen kämpfen? Das können doch auch die Ritter. Oder die Pryos-Geweihten. Lacht ihr, weil ihr die Ritter für zu dumm haltet, um gegen Namenlosen Anhänger zu kämpfen? Das sehe ich überhaupt nicht so. Oh nein, weil ich weiß, womit man es zu tun bekommt. So, haltet ihr die Ritter für unfähig? Oh nein, nicht unfähig. Nur nicht in der Lage, irgendetwas auszurichten. Die Ritter haben euch gleich aus, wenn ihr sowas nochmal sagt. Also wenn ich nichts ausrichten kann, dann bin ich doch unfähig. Das soll nicht eure Fähigkeiten infrage stellen. Das ist einfach nur Aussagen, dass ein Feind viel zu stark ist, um mit einer normalen Waffe besiegt zu werden. Oder eine Rüstung. Ihr könnt den Namenlosen mit eurer Magie also bekämpfen. Dafür gibt es Zwergenwaffen. Das sind keine normalen Waffen. Nun, ich hatte noch nie eine Zwergenwaffe untersucht. Das wäre vielleicht ein Ansatz. Aber wenn ihr das jetzt so sagt, habt ihr denn jetzt schon mal gegen Anhänger vom Namenlosen gekämpft? Oh, ich wurde mein ganzes Leben lang dafür ausgebildet. Also habt ihr es doch nie gemacht. Ah, okay, gut. Habt ihr denn schon mal gegen Drachen gekämpft? Natürlich. Natürlich. Ich bin Garret letztens erst. Ich habe schon mal gegen einen Drachen gekämpft. Ich habe schon mal einen Drachen getötet. Und dann habe ich den Drachen alleine besiegt. Ihr wisst schon, dass es nur eine Illusion war. Drachenberg. Also Drachenberg. Aber die Geschichte musst du mir eh noch mal erzählen, Ragnar, wie du den Drachen besiegt hast. Klar, kann ich dem machen. Also ich war nicht ganz alleine hier. Jalan, ich meine natürlich, ach ja doch, du willst hier noch Jalan genannt werden. Nein, Herr von Dunkelstein ab heute. Achso, Herr von Dunkelstein ist auf jeden Fall mit dabei gewesen. Also ab heute gelten die Tarnnamen, oder wie? Richtig, richtig. Ich habe noch keinen Tarnnamen. Wie soll ich mich denn nennen? Ich kenne mich damit nicht aus. Am besten irgendwie jemanden, den du deiner Kindheit mal kanntest. Dann kannst du dich gut anlernen. Ich meine, wir haben Eisenmann, dann haben wir auch Stahlmann. Dann bin ich jetzt Stahlmann. Das klingt vernünftig. Ja. Ja, und während Ragnar mit der Geschichte der Drachen und der Trolle anfängt, ein weiteres Mal, ihr habt es ja schon viel zu oft gehört und sie ist auch viel zu viel ausgeschmückt, zumindest Jalan bekommt das mit, viel zu oft fällt der Name Ragnar, erreicht ihr, ja, Braunwasser. Das letzte Mal rechte Hand könnt ihr dann ersehen, wie der Fluss abbiegt und ihr folgt der gewundenen Karrenstraße nach oben. Nach einem mühevollen Aufstieg gelangt ihr schließlich an einen oberen Hang eines, ja, bewaldeten Quertales. Warmer Wind weht euch hier entgegen und es riecht etwas nach Schnee, nach Unterholz. Die Beklemmung weicht etwas von euch, wenn ihr den freien Himmel jetzt wieder sehen könnt und, ja, das Tal neben euch sehen könnt. Die Straße ist hier wieder zwei Karren breit und hervorragend ausgebaut, sodass ihr nach kurzer und verdienter Rast euren nächsten Abtappenziel dem Dorf Balken entgegeneilt. Etwa zwei Stunden habt ihr noch bis dahin und das Land wird zusehends hügeliger. Häufig sieht man einige Feldspitzen, die aus der Schneekuppe nach oben ragen. Ja, ihr kommt nach einigen Äckern noch vorbei, aber auch hier wird Abelmi feststellen, kann man keinen Wein vernünftig anbauen und so gut sind die Straßen nicht. Zumindest sind sie dann einfach zu hügelig, dass man hier dann auch ordentlich Wein nach oben transportieren kann. Es wäre jetzt also gesünder, wenn man Wasser oder Bier bestellt. Das ist hoffentlich besser. Es gibt noch einige Wäldchen, einige Kiefern, Tannenwälder, die hier dichter und dichter werden, die Hügel bedecken. Die Tannen selber sind auch wieder mit Schnee bedeckt. Gebt mir doch mal bitte eine Sinsschärfeprobe in die Box. Dafür ist sie da raus. Sollen die Leute, die keine Schneebrille tragen, an welcher Erschwernis eintragen? Bisher noch nicht, nein. Einfach, dass man am Darpot meinen könnte, die Schneeschmelze hätte eingesetzt. Das heißt, es ist hier oben aber noch reichlich verschneit. Ein erstaunliches Land. Ich habe wahnsinnig noch nie so viel Schnee gesehen. Naja, so viel ist es jetzt auch wieder nicht. Man hört ja ganz andere Geschichten aus dem Norden. Bisher ist es sehr schön hier. Etwas unwirtlich. Ja genau, kalt auf jeden Fall. Aber schön. Ich würde hier, glaube ich, nicht wohnen wollen. Keine Zivilisation. Gibt es nicht viel. Man kann höchstens nicht jagen gehen. Im Sommer, eventuell. Und im Winter fängt sich einer oder andere. Es hat eine gewisse Schönheit. Aber ab und an noch eine gewisse Trostlosigkeit. Muss ich leider zugeben. Ja, von Dugelstein, da vorne seht ihr die Tanne? Ja. Da vorne, da immer liegt man in die Richtung nur. Da hinter dem Hügel ist gerade jemand verschwunden. Da habe ich auch gesehen. Ja, die haben auf jeden Fall kurz zu uns geschaut. Ich weiß nicht, ob es er oder sie war. Da waren wir schämhaft für mich zu erkennen. Da war jemand. Ich glaube, es ist ein Einsiedler. Es könnte ein Einsiedler sein, der hier wohnt, aber es kann natürlich auch mehr sein. Und wenn ihr euch jetzt ein ganz wenig nach links umdreht, ohne zu auffällig zu gucken, sieht man dort drei Reiter. Ungefähr 200 Schritt entfernt. Dann war das ein Speer. Aber was für wen? Naja, hier gibt es zwischen Orts ansässige Adelige oder sowas, die wahrscheinlich ihre Land bewachen. Vielleicht auch Wegzoll nehmen. Weiß einer, ob wir jetzt schon in den schwarzen Landen sind? Oder sind... Wir sollten doch nicht die, sagen wir mal, Frauen überschritten haben. Vielleicht mal die. Auf jeden Fall sind sie beritten. Das heißt, wir werden ihnen nicht entkommen können, wenn sie es drauf anlegen. Haltet die Waffen auf jeden Fall bereit. Oh, immer. Und während ihr so euch weiter umschauend der Straße weiter folgt, könnt ihr erkennen, wie dort eine Schranke aufgebohrt wurde. Zumindest sehr provisorisch. Ein Baum, der gefällt wurde und dann über eine Konstruktion mit sowas wie einem Wiege- oder Wagenmechanismus dort angenagelt, dass man ihn eben auch wieder hochklappen kann. Also einer Schranke und dort fort stehen dann fünf Leute mit sowas wie einem Wappenrock. Herr Dunkelstein, erkennt ihr die Wappen? Während dessen mit auf den Weg, darauf zu marschieren, gehören die hier hin? Ich greife mal das eine Auge zusammen und möchte über Heraldik prüfen, und ob ich die Wappen kenne. Das probiere ich doch auch mal. Oh, ein beschätzter Baum, verstanden. Das ist fast schon zu klischee, wie in den Geschichten. Hm. Ich hoffe, die Entfernung schwer ausmachen. Blau trägt hier oben fast jeder. Nun, werter Herr von Dunkelstein, es ist kein Wunder, dass ihr diese Wappen nicht kennt. Sie sehen erfunden aus. Vermutlich waren die denn... Woher wisst ihr das? Nun, dieses Wappen dort ist mir persönlich nicht geläufig, und ich kenne mich doch sehr gut in der Heraldik des Mittellandes aus. Vor allem weiden trägt man sowas nicht. Dann sollten wir vielleicht die Umgebung beobachten, denn wenn das Bandien sind und sie uns überfallen, dann haben sie die Leute im Hinterhall liegen. Richtig, ja, aber wenn sie einen Schlagbaum aufgebohrt haben, geben sie sich vielleicht damit zufrieden, wenn wir ihnen einfach ihren Wegzoll zahlen. Gefällt mir zwar nicht sonderlich, aber wir haben wichtigere Fische zu fangen. Der Harkart würde sich ganz gerne mal da in den Wäldern drumherum umsehen, ob er da irgendwelche anderen Gestalten sieht. Hm. Warte, ich komme mit dir. Und Ömer spannt den Bogen und kommt mit dir. Wolltest du auf der Straße weichen, oder wolltest du den Wald nur beobachten? Ich wollte erstmal nur von der Straße gucken, ob ich da irgendwas sehe. Ja, also ich wollte jetzt noch nicht direkt von der Straße runtergehen. Und das ist mit deinen beiden Eseln natürlich auch ein bisschen schwerer. Ja, richtig. Aber Abdullon, wenn du möchtest, könntest du dich jetzt reinpirschen. Wie wäre es, wenn ich mich einfach mal kurz umschaue? Äh, wäre von der Bescheid. Oder wollt ihr weiterziehen? Ich denke, wir sollten am besten einfach versuchen, diese Sperre friedlich zu passieren. Aber wenn du dich umsehen möchtest, ist das vielleicht ganz nützlich. Entscheidet ihr das? Wir könnten ein wenig langsamer laufen, aber habt ihr genug Zeit? Richtig. Okay. Okay. Dann wird immer so Abdullon so tun, als wenn er austreten müsste, eben, und geht ganz normal sozusagen so ein paar Schritte in die Wälder hinein, um dann eben, ja, sozusagen sich ein bisschen durch die Wälder zu orientieren, dort hinzukommen, ja, und immer mal die Umgebung am Auge zu behalten. Mhm. Und während du gerade in den Wald hineingehst, kann Ragnar erkennen, dass die drei Reiter, die er auf der linken Seite aus dem Wald gesehen hatte, der jetzt gerade auf die Straße reiten, ja, schließen auf zu den fünf Kameraden, sodass sie jetzt dort insgesamt zur Zeit zu acht sind. Der mittlere, der mittlere Reiter scheint wohl der Anführer zu sein, sieht ziemlich fett aus, feistes Grinsen, sitzt da auf seinem Ross, gekleidet in schweres Kettenhemd, mit einem abgenutzten Umhang und ein bisschen verschlissen, um breitkrempiger Lederhut, der wohl hier in diese Region zu passen scheint. Und brauner Vollbart, ebenso ungepflegt wie sein Schwert, das er dort ohne Scheide an seinem Gürtel trägt. Und während ihr dann auch für sie zugeht, vielleicht Jaland, der auch wieder reitet, zumindest aktuell würde das wieder gehen, begrüßen sie euch. Howdy, Freunde! Einen wunderschönen Tag wünschen wir den Herrschaften. Ich darf mir vorstellen, ich bin der Baron Terkel von Buchumbroch und Örstlingern, ist mein Name. Ich bin sicher, man hat es von mir schon von mir gehört. Deshalb gehe ich davon aus, dass man hier keine Spurenzien macht, ja. Friedleich in meinem Gesuch nach etwas Wegzoll nachkommen wird. Tatsächlich habe ich noch nicht von euch gehört, aber... Das ist gar kein Problem, wir bringen Frieden, Frieden für diese Region. Und wenn ihr das tut, habt ihr euch euren Wegzoll sicherlich redlich verdient. Von wie viel reden wir denn? Wir reden hier von einem Silber. Zumindest für zwei Beine. Und wenn ihr vier Beine habt, dann sind es zwei Silber. Das ist natürlich etwas viel, aber wir bringen Frieden. Wir bringen Frieden für diese Region. Und deswegen sind wir hier. Deswegen kontrolliere ich auch alles persönlich hier, obwohl ich Baron bin. Baron Terkel von Buchumbroch, zu Örstling. Ihr kennt meinen Namen. Ich habe ihn eben gerade gesagt. Ja, natürlich. Nun, im Sinne des Friedens, wollen wir dann diesen Wegzoll sicherlich entrichten. Richtig, wir bringen Frieden für diese Region. Also gut, Männer, diese Leute sind gewillt, ihren Wegzoll zu bezahlen an den örtlichen Barronen, nicht wahr? Dann klopft doch mal die Schranke nach oben. Dann klopft doch mal die Schranke nach oben.